Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Du siehst doch, dass ich gerade die Uhr umstelle. Du weißt aber schon, dass das erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemacht wird. Ist doch egal. Wie viel Uhr haben wir denn genau? Guck doch auf deine Preistafel. Hä? Da siehst du es. Es schlägt 13. Einmal die 4 und die Funkuhr. So eine hätte ich jetzt auch gern. Bitte? Momentchen mal bitte. Stefan, in welche Richtung muss denn der Zeiger nochmal? Ich sag mal so. Unsere Unterhaltung ist kein Vorstellungsgespräch. Also die genaueste Uhr der Welt besitzt die Universität in Colorado. Sie ist 20 Mal genauer als herkömmliche Atomuhren. Ha! Stefan, jetzt weiß ich's. Sie wird zurückgestellt. Baut dir doch fürs nächste Mal einfach eine Eselsbrücke. Uhren in der Winterzeit sind wie guter Service in Ankes Tanke. Wie? Nicht vorstellbar. Nach 3.339 Euro sammeln Sie Swatchpunkte. Haben Sie eine Rolex-Card oder sind Sie im Ben-Uhr-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.